Hallo, hier ist wieder M.J. Heute werde ich anfangen mit dem Video über Biko Dance Workout. Wie ich schon mal erklärt habe, Biko Dance Workout ist ein Mix, ist eine Workout Form. Es ist ein Mix aus vielen afrikanischen Tänzen, also mein Tanz und mein Sport über afrikanische Musik. Ich komme ja ursprünglich aus Afrika, deswegen habe ich mich einfach entschieden, diese Form von Workout ein bisschen zu promovieren. Das ist ganz neu und ja, heute werden wir über Iñáñá, Iñáñá, Yo West, das ist ein Lied, was ich meistens in meinem Workout benutze, ist ziemlich einfach für einen Start. Wir werden jetzt mit dem Oberkörper mehr tanzen. Also erste Schritte, immer bei afrikanischen Tänzen ist wichtig, dass die Beine offen bleiben, sehr wichtig. Und wir nehmen diese Form und wir gehen 1, 2, 3, ho, 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 1, 2, 3, ho. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, wir stellen uns ein bisschen so. Aha, I don't know, because I just want to speak German. Okay, anyway, wir stellen uns einfach so, immer die Beine schön auf. Unsere beiden Arme sind parallel und 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Also richtig mit dem Baumuskel arbeiten, es ist sehr wichtig mit dem Baumuskel zu arbeiten. Ja, wir machen dasselbe auf der anderen Seite und 1 und 2 und 3 und 4. Ja, das sind schon zwei Steps. Okay, und dann haben wir 1, 2, 3, ho, 1, 2, 3, ho, 1, 2, 3, ho, 1, 2, 3, ho, 1, 2, 3, hinten. Okay, gut. Und dann haben wir diese letzte Step. Beine auf, richtig schön auf. Ja, da gehen wir ein bisschen nach unten und dann 1, 2, 1, 2, jede Seite 2 mal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ist okay. Also ich will euch nicht alles hier zeigen. Ich habe nur ein einfaches Lied ausgewählt und kleine Schritte gezeigt. Also ich mache nochmal. Erste Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dabei arbeiten wir auch mit unseren Baumuskeln. Ja? Zweiter Schritt. 1, 2, 3, ho, 1, 2, 3, ho, 1, 2, 3, ho, 1, 2, 3, ho. Und dann kommt 1, 2, 3, ho, 1, 2, 3, ho, 1, 2, 3, ho, 1, 2, 3, ho, 1, 2, 3, ho. Und dann kommen Beine auf, jede Seite einmal. Also Cha, Cha, immer Muskel schön anspannen. Immer Muskel schön anspannen. Sollen wir tanzen? Ja. 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 Ja.